Ähnlich wie in FIFA gibt es in Zoria fast unendlich Möglichkeiten, um zu traden und hier an Gewinne zu kommen. Ich will euch in dem Video heute aber eine relativ einfache Methode zeigen, die relativ schnell umzusetzen ist und die ihr dann somit eigentlich als einzige Trading-Methode braucht. Wenn dich das interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Bevor ich euch die eigentliche Trading-Methode zeige, will ich euch kurz noch ein bisschen aufklären, was den Markt angeht, denn der ist momentan, wie in den letzten Videos erwähnt, ziemlich undurchsichtig und man kann eigentlich nicht prädikten, wie der Markt aussehen wird in Zukunft und vor allem kann man eher annehmen bei der aktuellen Entwicklung, dass die Karten eher fallen als steigen. Das heißt Langzeitprojekte, in die ihr investiert, wo ihr denkt, vielleicht ein Kreuzbandriss, vielleicht andere schwere Verletzungen und ihr kauft die Spieler jetzt am Tiefpunkt und geht davon aus, dass sie in sechs bis sieben Monaten dann wieder einen Gewinn erzielen. Das war früher so die gängigste Methode, die es in Zoria gab, um zu traden oder um zu investieren, aber ich finde, von dieser Trading-Methode muss man sich leider verabschieden. Ich habe hier als Beispiel Florian Wirz mit dabei, der ja im März 2022, hier sieht man es auch, einen Kreuzbandriss erlitten hat. Da ist sein Preis extrem abgefallen und hätte man die billigste Karte damals ersteigert oder ertradet, wären das 463 Euro gewesen. Er war dann sechs Monate außer Gefecht und kam dann im Dezember 2022 wieder zurück und man sieht, hätte man die Karte dann dort verkauft, beziehungsweise müssen wir noch ein Stück weiter rüber, hier ist Dezember, hätte man die Karte dann dort verkauft, hätte man tatsächlich Minus gemacht. Man hätte die Karte sechs Monate lang gehalten, hat es richtig prediktet, dass Florian Wirz wieder gut zurückkommt und im Endeffekt hat man trotzdem hier Minus gemacht und das ist das große Problem an diesem Langzeit-Invest, weil man einfach nicht predikten kann, wie der Zorea-Markt sich so verhält. Zu der Zeit war eben der Marktcrash, wäre der nicht gewesen, hätte man so 100% extrem viel Gewinn mit Florian Wirz gemacht, aber deswegen, weil der Markt so undurchsichtig ist, finde ich, ist dieses verletzte Spieler kaufen, die drei, vier, fünf Monate ausfallen, nicht mehr der Way to go. Man kann natürlich auf kurzfristige Verletzungen spekulieren, aber wenn die Spieler wirklich extrem lange ausfallen, ist es meiner Meinung nach nicht mehr sinnvoll aktuell. Jetzt aber zur eigentlichen Trading-Methode und das ist übrigens auch die einzige Methode, die ich selbst benutze und ich habe hierbei wirklich darauf geachtet, dass man die Spieler, in die man investiert, vielleicht sogar noch einsetzen kann und es handelt sich eigentlich hierbei darum, dass ihr möglichst U23-Spieler, weil die am schnellsten am Wert steigen, gezielt scoutet für Cap 220, hier dann auch noch spielen könnt und wenn die Spieler dann auch noch gut performen, dann könnt ihr sie mit Gewinn verkaufen. Also die Idealvorstellung von dieser Trading-Methode ist es, dass ihr Spieler kauft, die momentan nicht so gut performen, dann in Cap 220 sehr gut performen, ihr vielleicht sogar noch einen Reward bekommt und dann nach zwei, drei Wochen, wenn der Average, wie jetzt hier im Beispiel Oliver Sorensen, langsam nach oben geht mit 48, relativ unbrauchbar für Cap 220 wird, dann versucht ihr den Spieler zu verkaufen. In dem Beispiel, den habe ich wie gesagt damals für Cap 220 gekauft, ihr seht hier den gelben Punkt, das ist mein Punkt, den habe ich damals ersteigert, das war am 5.10. seitdem hat er ein paar Mal sehr gut gescored, vor allem hier die 88 und die 97, die haben halt natürlich richtig geschmeckt und da sieht man natürlich auch, sobald so ein Spieler, ein U23-Spieler extrem gut scort, wie jetzt eben die dunkelgrünen Scores, dann spiked der Preis halt extrem. Natürlich sind hier auch neue Karten gekommen, ich habe ja die alte Saisonkarte, aber auch die alten Karten wurden hier eigentlich noch verkauft. Was ich euch eigentlich sagen will, ihr müsst hier natürlich so ein bisschen abteilen, wenn so ein Spieler extrem gut scort in einem Spiel, sonst aber eher weniger und ihr seht, dass der Preis hier gut anzieht, dann könnt ihr natürlich direkt die Gewinne mitnehmen oder ihr pokert halt drauf, dass ja noch ein paar weitere Spiele recht gut scoren wird und ihr dann ihn erst später verkaufen werdet, wenn der Average eben nicht ganz so gut ist. Gefahr hierbei ist halt, wenn ihr die Karte zu lange haltet und er vielleicht wieder etwas schlechter spielt, dann fällt der Preis eben genauso schnell auch wieder. Bei U23-Spielern ist das wirklich so ein Phänomen, sobald die gut scoren, wird hier so fast schon so Panik gekauft und die Leute wollen unbedingt den nächsten guten U23-Spieler snacken und deswegen ist es bei U23-Spielern halt deutlich einfacher, das zu machen, als jetzt beispielsweise bei einem 28- oder 29-Jährigen, weil um die halt nicht so viel Hype ist, weil die U23-Division ja mehr oder weniger die besten Rewards rausspuckt und dann versucht man halt möglichst schnell die billigen Spieler zu kaufen. Dass das Timing hier beim Verkauf wirklich sehr wichtig ist, habe ich hier noch ein weiteres Beispiel mit dabei und das ist Levent Merkan, der spielt in der türkischen Liga. Der hat nämlich einen Ausreißer nach oben gehabt, hier die 76. Ihr seht, das war, gucken wir mal, das war am 3. Oktober und wenn wir dann in seinen Preisgraf reingehen, hier um Anfang Oktober mäßig, seht ihr, dass hier direkt der Spike war, weil er eben sehr gut gescored hat. Danach hat er dann nicht mehr so gut gescored, sondern wieder seine Standardscores und ihr seht, dass der Preis direkt wieder fällt. Gerade bei solchen Spielern, die eben in kleineren Ligen spielen, solltet ihr schon darauf achten, dass ihr relativ schnell die Gewinne dann auch einzieht, wenn ihr wirklich nur darauf aus seid, schnelle Trading-Gewinne zu machen. Die Trading-Methode, das ist ja das Gute daran, da könnt ihr selber entscheiden, wie ihr rangehen wollt, weil es nicht eine reine Trading-Methode ist, sondern eben gleichzeitig auch noch Cap 220 mitspielbar ist und ihr hier auch noch um Reward spielen könnt, wenn ihr eben gezielt scoutet. Und das Wichtige an dieser Trading-Methode ist, dass ihr euch mit den Spielern halt auch wenigstens etwas auseinandergesetzt habt. Wenn ihr einfach blind irgendwelche Spieler kauft, die früher mal gut gescored haben, aktuell schlecht scoren und ihr denkt, die finden wieder zur alter Stärke zurück, ist das nicht der Way to go. Ihr solltet euch wirklich mit dem Spieler auseinandersetzen, solltet ihr vielleicht auch so ein bisschen einstudieren, ob der Spieler gute All-Around-Scores hat und dann, wenn ihr euch sicher seid, dass der Spieler wieder besser scoren wird, dann könnt ihr zuschlagen. Es ist zwar jetzt kein U23-Spieler, den ich euch jetzt hier im Hintergrund zeige, aber ich finde an dem Beispiel von Anthony Jung von Werder Bremen kann man eigentlich ganz gut skizzieren, wie so ein Spieler aussehen könnte, der Potenzial hat, viel, viel besser zu scoren, als er das in letzter Zeit gemacht hat. Er hat jetzt schon drei gute Spiele hinter sich, mit 52, 60 und 63 Punkten und auffällig ist hier, dass ein Position-Change stattgefunden hat. Er ist ja eigentlich so ein Schienenspieler, linker Außenverteidiger, aber aktuell spielt er Innenverteidiger bei Werder Bremen. Klar, Pieper und Starks sind verletzt gewesen, aber da er aktuell wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und Bremen jetzt auch mehr oder weniger in die Erfolgsspur zurückgefunden hat, könnte man annehmen, dass der Spieler jetzt eher in der Innenverteidigung gesetzt ist und ihr seht schon an seinem All-Around-Score, der ist wirklich richtig stabil und wenn er so weiterspielt, ist das natürlich ein Kandidat, mit dem ihr in Cap 220 richtig gute Gewinne einfallen könnt, weil ihr hier seht, er hat richtig viele orangene und rote Scores, die dann nach und nach rausfallen werden und wenn die dann rausgefallen sind und der L15 von 35 dann wahrscheinlich eher auf Richtung 45 oder 50 gehen wird, dann könnt ihr ihn verkaufen, dann habt ihr ihn wahrscheinlich auch mit etwas Gewinn verkauft. Wie gesagt, es ist kein U23-Spieler, dadurch wird der Gewinn nicht ganz so hoch sein, aber es ist trotzdem anzunehmen, dass sie hier einen Gewinn machen können, weil das ja relativ kurzfristig ist, also ihr werdet ihn ja nur 3 bis 4 Game Weeks spielen und dann versucht ihr ihn wieder zu verkaufen. Das ist jetzt aber keine Anlageberatung oder Tipp, dass ihr den Spieler kaufen sollt, mir ist es nur ziemlich aufgefallen, dass er extrem gut scort, wenn er Innenverteidiger spielt. Wie schnell das Ganze aber auch in die andere Richtung gehen kann, will ich euch ein Beispiel von Marlon Ritter zeigen, der momentan sehr, sehr gut spielt bei Kaiserslautern, auch er ist kein U23-Spieler, der hat einen Average von 56, hat hier auch wirklich, wie gesagt, die letzten Spiele ganz gut gescort, jetzt hat er im letzten Spiel dann aber nur 35 Punkte gemacht und ihr seht schon direkt im Preiskraft, ich habe ihn mir übrigens geholt, fällt er schon wieder langsam ab. Ist schon 40 Cent günstiger, als ich ihn gekauft habe und das geht halt super schnell bei solchen Spielern, die ja gerade so ein bisschen eine kleine Streak haben, aber eigentlich nicht immer so gut performen. Man sieht es an seinem Last, also L40, da hat er 47 Punkte gemacht, das heißt, er ist eigentlich deutlich schlechter als sein L15. Er hat jetzt wirklich, wie gesagt, eine gute Streak gehabt, aber eben, wenn dann mal ein paar schlechtere Spiele wieder kommen, dann fällt der Preis extrem schnell. Das heißt, eigentlich muss man hier wirklich bei dieser Trading-Methode die Gewinne relativ schnell mitnehmen, wenn die Karten eben 2, 3, 4 Gameweeks gut gespielt haben, dann sollte man direkt eincashen und ich meine, wie gesagt, wenn man da dann auch noch Cap 220 mitspielt, dann macht es eh nicht mehr so viel Sinn, wenn der Average relativ weit oben ist. Ich hoffe, die Trading-Methode hat dir weitergeholfen. Wenn ja, dann lass super gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal da, dann würdest du mich und meinen Kanal extrem supporten. Ich finde, bei der Trading-Methode steht halt auch so ein bisschen der Spaß noch im Vordergrund und ich will nochmal jetzt am Ende darauf hinweisen, wirklich Expertise haben, setzt euch mit den Spielern auseinander und wenn ihr euch dann sicher seid, dass die Spieler performen könnten, dann könnt ihr zuschlagen. Übrigens, wenn ihr das Video heute am Releasetag seht, also am Mittwoch, dann werde ich um 17 Uhr streamen und ich werde da auch so ein paar Spieler durchgehen, die interessant für Cap 220 sein könnten. Der Stream-Link, also der Link zum Streamen, ist in der Videobeschreibung dann verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.